Hey, schöne Seele, heute nehme ich dich mit in die Natur für den neuesten kosmischen Impuls, in welchen man uns da schon mal einlädt, große Schatten zu werfen. Aber hör selbst, liebe Grüße von mir zu dir aus der Natur, einfach weil ich darauf heute wirklich Lust hatte. Sag, tust du auch die Dinge, worauf du wirklich Lust hast, hast, so oft wie es irgendwie geht? Ich wünsche es dir. Ich grüsse dich, du wunderbare Seele, was für eine Freude dieser Moment beinhaltet. Hoffe ich wahrlich, dir vermitteln zu dürfen. Ich bin Saint-Germain und mit mir ist Lilith. Und wir beide sind hoch erfreut, einen Moment mit dir teilen zu dürfen. Es ist eine wunderbare Zeit jetzt, diese Herbstzeit. Die Zeit, in der so viel Wissen in dich hinein sinkt und du die Zeit bekommst, es zu verarbeiten, etwas Wertvolles daraus zu machen. Die Fülle an Weisheit des Jahres legt sich langsam in dich hinein. Daher ist unsere Bitte, nimm dir Zeit. Wenn auch immer die Sonne scheint und du die Möglichkeit hast, dich einen Moment draußen in der Natur aufzuhalten, dann tue es. Streck dein Gesicht in die Sonne und genieße die Wärme, den Wind, die Möglichkeit, die dir die Natur zum Erholen bietet. Ich lade dich ein, jetzt ein paar bewusste und tiefe Atemzüge zu nehmen. Wenn physisch möglich, strecke dein wunderbares Gesicht in die Sonne und wenn nicht, dann stelle es dir vor. Erinnere dich, wie es ist, wenn die Sonne dein Antlitz küsst, die Wärme, die sie mitbringt. Und erlaube deinem Körper, sich zu nähren von diesem Sonnenkuss. Wissend, je mehr Licht du in dich aufnimmst, umso größere Schatten wirfst du, geliebte Seele. Und nun ist die Zeit. bricht sie langsam an diese Zeit, in der Schattenarbeit wieder im Vordergrund steht. Die dunkle Jahreszeit. Die Zeit der Lilith. Der Innenschau. Der Einkehr. Keine schlimme Zeit. Im Gegenteil, eine wunderbare Zeit. Eine Zeit des Erleuchtens, Durchlichtens, Erkennens und sich selbst offenbaren. Also richte dich auf und atme. Atme. Fühle, fühle, lächle. Und trage die tiefe Gewissheit in dir, dass egal welche Wellen das Leben jetzt für dich bereithält, du bist es auch. Du bist auch bereit für diese Zeit. Vom Scheitel bis zur Sohle, gemacht und vorbereitet, seit einer unendlich langen Zeit, dem, was jetzt ist, zu begegnen, mitzuschöpfen, mitzukreieren, bereit zu sein. Ich glaube an dich. Atme. Fühle. Und lächle. Ich bin Saint-Germain und ich bin mit dir. Alle Zeit. In jedem Moment. Ich bin mit dir. 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 Vielen Dank.